Ich freue mich auf die Erstkommunion, auf die Geschenke und auf die erste Hostie. Weil ich möchte gerne wissen, wie die schmeckt und weil ich finde es einfach ein schönes Gefühl, wenn man irgendwas Besonderes hat. Ich freue mich auf den Tag, weil ich welche aus meiner Familie sehen kann, die ich vielleicht nicht so oft sehen kann. Auf die Geschenke und auf das Essen, auf den Kuchen und auch, dass ich mit der Familie feiere. Ich freue mich, dass ich dann nahe zu Gott sein kann. Vor allen Dingen in den Kommunionsintrikten merkt man das auch, dass man nahe zu Gott ist und das ist einfach sehr schön.